Finden Sie auch, dass Neuwied mehr Tourismus verdient hat? Wir hätten gerne Ihre Meinung dazu. Und zwar von allen hätten wir gerne die Meinung. Weil wir wollen am Ende eine richtig gute Strategie daraus entwickeln. Einfach online über unsere Homepage darauf zugreifen und mitmachen. Sie müssen sich den 4. Mai in Ihren Kalender eintragen, denn da feiern wir ein richtig großes Fest. Wir wollen die Deich-Ufer-Promenade offiziell eröffnen, die Veranstaltung vom Markt zum Deich. Da ist richtig Musik, da ist ziemlich viel Programm, die Gastronomen sind alle dabei. Wir haben die Sandskulpturen-Ausstellung, also da ist richtig was los. Einfach vorbeikommen, wir freuen uns auf Sie.